Hallo, mein Name ist Lin von Linett. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich möchte dir heute mein Folio vorstellen. Das ist ein Gatefolio und das habe ich für jemanden gebastelt, der Zwillinge bekommen hat. Es ist entstanden aus dem Paperpad von Fotoplay, es heißt Little One und ich hoffe, es gefällt dir. Wenn dir so ist, lass mir doch ein Like da. Vielleicht abonnierst du mich sogar, darüber würde ich mich sehr freuen. Ganz viel Spaß mit dem Video. Tschüss! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.